Toller Boxer, toller Typ und klar, man muss erst mal boxen können, aber man muss so ein Typ sein. Und hier sitzen alles Typen vorne und das ist ja ein bisschen, das spricht ja für SES, dass wir da natürlich schon noch Sportler da sein müssen, aber auch Typen da sein müssen, weil sonst haben wir ja nichts zu schreiben und das freut mich eigentlich. Max gehört mir schon dazu, die hat eine große Zukunft, ist ein junger Mensch, hat sich toll entwickelt. Der Rest kann er vielleicht selber erzählen, wird hier seinen nächsten Kampf bestreiten. Dann haben wir natürlich unseren Julien Vogel, Tom Lastker aus dem Team Deutschland mit dabei. Wir haben Arthur Henrik, der tolle Kämpfer gemacht hat, auch das letzte Mal in unserem Gym zu eröffnen. Ja, wir haben, wie gesagt, insgesamt planen wir acht Kämpfer. Schönes Programm, wir haben viele tolle Gäste. Auch ein paar Promis am Start, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, wir möchten das nicht, aber es wird ein toller Abend mit einem schönen Ambiente und wie wir es immer wieder sagen, mit einem Hauch von der Säge aus. Dann lassen wir kurz den Max noch zu Wort kommen, weil er uns schon so beiseite gestanden hat. Das magst du hier, ne? Ja, sehr. Also, ich glaube, im Dezember habe ich mal einen Kämpfer gehabt. Das war eine unglaubliche Atmosphäre für mich. Und ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es am Samstag mindestens genauso gut wird, weil wir machen die Montage. So, dann wollen wir hoffen, dass das die Motivation ist für Auslösung Einesias, dass wir dort...